Musik Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Heute werdet ihr etwas lachen, denn ich habe für euch alle Outtakes und Fails von Ice Kingdom und Fire Realm in einem Video gemacht. Und das könnt ihr jetzt anschauen. Viel Spaß! Vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, falls euch dieses Video gefällt. Das ist doch die Königin. Ich werde sicher befördert, wenn ich sie... Was ist das Schloss Schmelze? Sonst kann es schlecht ausgehen. Sonst kann es schlecht ausgehen. Frau Kalt! Sonst kann ich es vielleicht verhindern. HUSCH! 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 Ich möchte ein... Ich möchte ein... Ich möchte ein... Ich möchte... Das ist nicht so, okay? Ich möchte ein US-O-Bild... O-O-Bild... Ich will... Wer sind... Wer sind... Meinst du? Neee... Ihr könnt weitergehen, Fräulein. Mein Kollege hat sie... Oh... Hahaha... Ach... Ich möchte eine... A-ha-ha-ha... Ado-ado-ado! Wenn der sich wirklich beim Boss beschwert, dann win... Au... A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! A-ah-ha-ha-ha-ha-ha! A-ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Frau Kalt, in wichtigen Angelegenheiten. Okay, das war scheiße. Ah ja, ja, jetzt habe ich dich aber verhaftet, du kleine Prinzessin. Wenn der sich wirklich beim Boss beschwert, dann wünscht... Ich möchte ein neues Ausbild... Sie sind verhaftet. Oh, Samola? Du kannst auch nicht so... Okay, was? Wen sollte ich dann als meinen König-Gnabler? Ich bin Frau Kalt. Das ändert alles. Hm, Wärme? Und du kannst auch nicht zurückkommen. Denn jetzt denken alle, du hast das Schloss zum Schmelzen gebracht. Du weißt jetzt alles. Ich muss gehen. Kein Problem. Blub. Das ändert alles. So viel ich will. Ich bin Frau Kalt und habe meinen Text vergessen. Wenn meine Tochter dich nicht zu mir gebracht hätte, werdest du schon langst... Alter, Naturglanzzauber! Kein Problem. Blei...